Musik Normalerweise ziehen Grindwale tausende von Kilometern um den Globus, damit sie ihren täglichen Bedarf von etwa 50 Kilogramm an Nahrung decken. Doch zwischen Madeira, den Azoren und den Kanaren leben mehr als tausend Grindwale das ganze Jahr über. Sie sind sesshaft geworden. Nur gelegentlich ziehen sie zwischen den Inseln umher. Der Grund, Inselflanken sind für Wale ein Schlagraffenland. An den Sockeln der Inseln wird kaltes, nährstoffreiches Wasser nach oben gezwungen. So können hier Kleinstlebewesen, das Plankton, gedeihen. Es ist die Basis der Nahrungspyramide im Meer. Das Wasser vor den Küsten wird so zum idealen Futtergebiet, zum Beispiel für Kalmare, die Leibspeise der Grindwale. Normalerweise ziehen Grindwale tausende von Kilometern um den Globus, damit sie ihren täglichen Bedarf von etwa 50 Kilogramm an Nahrung decken. Doch zwischen Madeira, den Azoren und den Kanaren leben mehr als tausend Grindwale das ganze Jahr über. Sie sind sesshaft geworden. Nur gelegentlich ziehen sie zwischen den Inseln umher. Der Grund, Inselflanken sind für Wale ein Schlagraffenland. An den Sockeln der Inseln wird kaltes, nährstoffreiches Wasser nach oben gezwungen. So können hier Kleinstlebewesen, das Plankton, gedeihen. Es ist die Basis der Nahrungspyramide im Meer. Das Wasser vor den Küsten wird so zum idealen Futtergebiet, zum Beispiel für Kalmare, die Leibspeise der Grindwale. Normalerweise ziehen Grindwale tausende von Kilometern um den Globus, damit sie ihren täglichen Bedarf von etwa 50 Kilogramm an Nahrung decken. Doch zwischen Madeira, den Azoren und den Kanaren leben mehr als tausend Grindwale das ganze Jahr über. Aber sie sind sesshaft geworden. Nur gelegentlich ziehen sie zwischen den Inseln umher. Der Grund, Inselflanken sind für Wale ein Schlagraffenland. An den Sockeln der Inseln wird kaltes, nährstoffreiches Wasser nach oben gezwungen. So können hier Kleinstlebewesen, das Plankton, gedeihen. Es ist die Basis der Nahrungspyramide im Meer. Das Wasser vor den Küsten wird so zum idealen Futtergebiet, zum Beispiel für Kalmare, die Leibspeise der Grindwale.